Lecker Schokolade und in die geschmolzene Schokolade, meine Lieben, ein bisschen weiche Butter. So, soll ich mal das Geheimnis lüften? Okay, es gibt, es gibt eine halbslüssige Schokoladenkuchen, aber das ist überhaupt nicht schwer. Dunkle Couverture, ja, das ist richtig schön. Richtig dunkle, knackige, gute Couverture mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil und Butter schmelzen. So wie es los. Dann Zucker. Ich habe so für das Rezept um die 50 Gramm Zucker, dann kommt ein Ei rein von glücklichen Hühnern und ein Eigelb, okay? Also klar, Zucker, ein Vollei und ein Eigelb mit dem Gerät rühren. Und zwar so lange, bis es schaumig ist. Meine Lieben, so lange müsst ihr das schlagen, bis es so richtig schön dicklich ist, ja? Okay, Zucker, Ei und Eigelb. Und dann jetzt mal nochmal hier zurück zu meiner Schokolade. Mit der Butter vorsichtig erwärmen, ja? Vorsichtig erwärmen, ab und zu ein bisschen umrühren, dann bekommt die Schokolade einen wunderbaren Glanz und ist so genau perfekt. Jetzt wird das Ganze gleich gemischt, aber vorher mache ich das Förmchen eben einsatzbereit für den halbflüssigen Schokoladenkuchen. Und dann müsst ihr relativ viel Butter nehmen und die Butter reichlich in so ein Glas streichen. In so ein Bettglas oder Kaffeetasse oder Espressotasse, mir egal, nehmen, was ihr wollt. Wichtig ist, dass ordentlich Butter drin ist, wirklich ordentlich Butter und dann kommt Mehl rein und dann könnt ihr das Mehl in dem Glas so ein bisschen ausschütteln. Schau mal her, Mehl wieder raus und so sieht es aus, okay? Jetzt, der Schokoladengott, jetzt. Übrigens, das ist ein Rezept, das ist ein Rezept noch aus meinem Sterne-Restaurant, ja? Ich habe ja 15 Jahre im Sterne-Restaurant gehabt. Idioten einfach und saumäßig gut. Jetzt kommt die Schokolade hier rein und dann richtet ihr schon mal her etwas Mehl und ein bisschen Backpulver. Okay, also Schokolade rein, etwas Backpulver und auf die Menge ein Esslöffel Mehl. Nicht so viel Mehl, dass unser Schokoladenteig eben später auch verläuft und jetzt vorsichtig unterheben. Nicht so viel zu rühren, vorsichtig unterheben und schwuppdi-schwupp, fertig ist die Schokoladenmasse. Und jetzt kommt die Schokoladenmasse hier rein, okay? Seid bereit? So, brauchen wir so ein Monster-Teil. Okay, Rezept ist für immer, kennt ihr ja, für zwei Personen. Und jetzt gehen wir in diesen Schokoladenkrank. Schau mal her, noch ein bisschen was von dieser bitteren Schokolade. Und die kommt jetzt hier rein. Okay, oben wieder zumachen. Und jetzt, schau her, jetzt kommt der ultimative Geschmackstest. Geil! In den Ofen, 220 Grad, sexy Minuten, okay? So, ihr Lieben, jetzt gibt es noch ein kleines Highlight. Und das Highlight heißt Tonka-Bohne. Schau, da sind die drin. Kommt aus dem Amazonas und sucht seinesgleichen. Sehr, sehr genial. Da riecht es so ein bisschen nach Vanille, Marzipan, Blaumantel. Und das habe ich zu geschlagener Sahne, so leicht geschlagener Sahne. Da kommt ein bisschen Mohn dazu. Und das gibt hier so, ja, so einen kleinen Dip zu dem Schokoladenkuchen. Und, boah, die Tonka-Bohne, brutal, sehr, sehr genial. Okay, also, jetzt hole ich erst mal den Küchlein, wa? Heiß, 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 heiß. So, komm mal rein. So, jetzt kommt da drauf, meine Lieben, ein bisschen Puderzucker. So. Und dann kommt dieses kleine Monsterküchlein hier drauf. Dann ein paar Hinwände dazu. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob der auch wirklich halbflüssig ist. Ja, 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 ja. Boah, das ist genial. Wisst ihr, was man dazu isst? Nichts. Ein Glas Champagne vielleicht, wenn ich mal ganz aufhausig sage, muss. Also, Hensens Blitzrezepte, Schokoladenkuchen, der ist für zwei Personen. Alright? Also, guten Appetit.